Ah, ich werde geschlagen, ich werde geboxt, ich werde geboxt, ich werde geboxt. Läuft bei dir. Hallo Leute, ich bin's wieder, MrHTLP, zu einem kleinen Wetter in Let's Play Minecraft Quick Survival Games mit dem Ramsko MC. Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, jetzt mit MrHTLP. Und wir sind auf dem, Server, welchen, Server? Canyon Games, also der alte Ding, äh, der alte, na wie hieß der früher, das war, ich hab keine Ahnung. Oh, Eisenschwert, ich hab ein Eisenschwert. Ich hab nichts, ich hab noch ein Holzschwert, das kann ich nicht geben. Okay, verdammt, jetzt bin ich schon mal voll rüstig, das heißt, ich bin ein Opfer für alle, die mich töten wollen. Naja, okay, für alle, die mich töten wollen, ist man noch so und so ein Opfer, also. Hä? In der Kisten ist nichts mehr. Ah, ich werde geschlagen, ich werde geboxt, ich werde geboxt, ich werde geboxt. Läuft bei dir? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, nicht mal annähernd. Äh, irgendwie sehe ich keiner typisch, also das ist komisch. Öh, verdammt, ein in deinem Herzen. Was ist das? YOLO. Uah, ah, super hier, gegessen den Kuchen. Ja, bei mir läuft es auf jeden Fall. Und hinter mir ist ein Bubi, der mich töten wird. Ein Schwert, ein Schwert, ein Schwert, ein Schwert, Leute. Das bist du, das bist du, das bist du. Okay, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich geh einfach auf jeden drauf. Aber buß den nicht nach vorne. Soll ich dir helfen, soll ich mich jung drehen? Nein. Okay, ich komm zu dir. Oh nein, da hat eh nur ein Holzschwert, das ist doof. Du bist da. Äh, nein, ich bin tot. Was? Oh, was? Okay, ich schau hier kurz zu und schnapp dann mal schon ab. Und jetzt stopp ich ab. Hä? Oh, lol. Hä? Diese Runde. Was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab die noch. Was? Okay, dann nehmen wir die. Also, oder wollen wir eine komplett neue Runde anfangen? Wie du willst, aber ich fand das eigentlich ziemlich lustig. Okay, also, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Runde. Also, bis gleich. Ja, wir sind, ja. Wir haben gesagt, taha. Hallo, Leute. Jetzt herzlich willkommen zurück. Und wir wurden schon geportet. Wieder mit dem Rapscams hier jetzt. Und ja, zweite Runde jetzt. Hoffentlich wird's jetzt besser. Und ja, dann sehen wir schon mal los. Also, irgendwie, ist das normal Survival Games? Oder nicht? Das ist Quick Survival Games. Okay, ich hab ein Holzschwert. Ich hab einen Stern. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Hallo. Komm, 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 warte, schnitzel. Hier, ich hab ein Brustpanzer für dich. Hälfte mir. Hier. Oh, danke. Achtung, da hinten ist einer. Du wirst geboxt. Bust du mich, bust du mich, bust du mich. Da ist mir urschreckt, bitte. Äh, da ist noch so einer. Lass den auch boxen. Achtung, da holen wir doch uns den Typen da rechts. Oder? Wohin? Ah, wir dürfen uns nicht trennen. Okay, holen wir uns diesen Case Crafter. Cube Crafter, meine ich doch. Oh. Oh, ich hab ihn. Hier. Du hast ihn. Hier essen. Und hier in der Angel. Für die Schuhe. Danke. Hast du vielleicht das Steinschwert von ihm? Ja, ja. Da. Achtung, da hinter uns ist einer. Aber er ist eh noch ein bisschen weit weg. Ein bisschen weit weg. Okay, warte kurz, warte kurz. Muss kurz lassen. Hört man mich jetzt leiser oder passt das so? Nein, das passt so. Okay, passt dann. Gehen wir weiter. Ich hab früher mit Camtasia aufgenommen und da konnte ich da, also wie ich mit Skype auf... Da ist einer, da ist einer. Oh, der ist tot. Hast du jetzt noch ein Steinschwert? Ich hab noch ein Steinschwert, ja. Ah, dann gib's mir. Und eine Angel. Gib's mir. Gib's mir. Was? Das Steinschwert. Ich hab keins. Was? Ich hab doch eins gegeben. Ne. Ah, oh ja. Oh lol. MCPVB-Gamer. Hinter dir. Oh, läuft. Nein, ich hab dich gekillt. Also nicht direkt gekillt. Oh, ich bin auch gestorben. Oh, man. Mal gut. Dann sehen wir uns noch einen Cut, Leute. Ja, genau. Bis gleich. Willkommen jetzt wieder zurück. Zur dritten Runde. Genau. Bei uns läuft das auf jeden Fall. Ja, also bei uns läuft auf jeden Fall. Ich sehe eine Kiste. Die ist gerade mal zwei Blöcke von mir entfährt. Bei mir auch. Äh, ich backe. Lol. Achso, es geht schon los. Ich werde wieder. Okay, ich hab... Ich hab eine Poisones Potato. Poisones Potato. Oh nein, du wirst sterben. Ich esse hier nicht. Ich bin nicht doof. Lol, man kann sich direkt am Anfang boxten. Ich wurde geboxt. Äh. Bist du das? Ja. Ich hab kein Schwert. Ich hab kein Schwert. Lied mich, Achtung, der ist einer. YOLO. Du bist so dumm. Ah, du hast doch einen Schwert. Okay, los, lass los. Da ist noch so einer. Schnell bevor, während der doch schwach ist. Nein, ich muss essen. Okay, dann ist was. Ist was. Lass dir die Zeit. Voll sind so Potato-Dingster gegessen. Achtung, da ist einer. Bescheid. Oh, kacke. Ah, stirb. Oh, wow, wow, wow. Renn lieber, wenn du nicht mehr vieles Leben hast. Äh, ich hab... Ja. Ah, Jürgen. Dieser Secret Jump. Oh, das ist hier geklärt. Ja, ja, klar. Oh, das nenn ich Skills. Auf jeden Fall. Oh, hab was, hab was, hab was, hab was, hab was, hab was. Was? Hab was. Läuft bei mir. Wo bist du? Ähm, hier, da. Das bist du, Patsiker. Oh, ich hab was für dich. Besseres. Wo? Hier, Bogen. Ah, da. Ist die blind oder so? Ich geb dir auch meinen ganzen Crab, wenn du willst. Nee, nee, was? Und meine Posenes-Potato. Oh, 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 wo, wo ist sie? Ja, ja, ja. Ja, ja, Posenes-Potato, ja. Ist da auch meiner? Man weiß es nicht. Ich glaub, die Runde ist sogar besser. Haha. Die Runde ist zu gut. Zu gut für unser Leben. Ich glaub, wir können die nicht nehmen, die ist zu gut. Aber hier sollte nicht eigentlich irgendwo Rüstung sein. Also hier, hier ist nichts. Aha, das hab ich schon geluttet. Geluttet. Denn du bist der Luther King. Mhm. Schon. Da kommt man ja gar nicht hin. Oh, da kommt man ja gar nicht hin. Ich mag das aber haben. Und ich werde es auch kriegen. Doch, da kommst du von der anderen Seite hin. Echt? Nein, kommst du nicht. Doch, kommst du. Da komm, komm her. Komisch, der. Ich bin schon da. Hast du kein Steinschwert? Nee. Wo bist du? Oh, da. Oh, oh. Shalom, ho. Oh, Mist. Ich hab wieder mal... Renn! Renn! Oh, fuck, 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 fuck. Nein, 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 renn! Renn! Wenn du nicht bei vieler Leben hast. Ich hab noch angemessen viele Leben. Du hast doch einen Bogen von mir. Ja. Oh, das war knapp. Da hättest du mich was getroffen. Oh, okay, da rennt er. Pass auf, sonst hab ich vielleicht... Ja, er ist runtergefallen. Haha. Stirbt du jetzt? Ist jetzt so? Oh, öfter denn? Ich hab ihn noch davor ausgelacht, bevor er gestorben ist. Haha. Okay. Nom, nom, nom. Ist den klickst du Kind. Ich bin nicht mal allzu schlecht. Auf jeden Fall. Das ist noch kräftig. Da hinten ist einer, da hinten ist einer. Oder? Ist einer? Ja, da hinten ist einer. Komm, komm. Komm, reiß, komm. Komm, reiß, komm. Ja, ich komm, reiß, komm. 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 Oh, dieser skillshot. Dieser skillshot. Ja. Also... Nee. Der Trainer ist ja links da, Mr. Heavy P. Und links natürlich wie immer untereinander in der Beschreibung. Ups. Ich wollte dich gerade eigentlich nur wussten, aber es hat anscheinend nicht... Er ist da reingelaufen ins Haus übrigens. Ich bin auch blind. Ja, ja, das bist du. Oh, das Combo, das Combo. Er backt bei mir irgendwie... Ja, tschüss. Er wollte einfach nur nicht, dass... Nein, er hat ein Eisenschwert. Er wollte einfach nur nicht, dass wir sein Eisenschwert kriegen. Ego. Okay, gut. Der Letzte ist auch gerade gestorben. Anscheinend ist er runtergefallen. Also eine Luftwitzahl. Mhm. Okay, also... Töte mich. Machen wir entfällt von da. Na gut, okay. Oder warte. Ach so. Ach, wenn du ein Holzschwert? Ich werde dich jetzt töten. Ach, wenn du ein Holzschwert? Ich bin dieser Kartoffel! Nein, nein! Warte kurz. Lassen wir uns mal Dings ane regen. Noch nicht, noch nicht! Ich bin bereit. Wie viele Rüstung hast du? Rüstungspunkte? Bei mir fehlen noch dreieinhalb. Dir? Äh, dreieinhalb. Sicher? Ja. Gut. Ja, warte. Der bringt einen Punkt. Der da? Der Helm? Oha. Der bringt zweieinhalb. Der bringt... Eineinhalb? Ach, die goldene Nike, Nike, ja, ich schwöre. Ich schwöre, die bringen mir aber nur ein halbes. Schlecht brauche ich nicht. Ja, alle Schuhe bringen ein halbes. Ich werde dich töten mit dieser Kartoffel! Okay, warte kurz. Okay, warte. Jetzt mit Fleisch und Kartoffeln besiegen. Oder nehmen wir so, wir verstecken uns irgendwo auf der Map und dann beginnen wir uns zu fighten, okay? Okay, du gehst in die Richtung. Ja, ich renne da irgendwo hin. Okay, naja, ich bin schon ziemlich am Ende. Okay, ich bleib mal da und dann... Wer sucht ihr ihn? Ähm, na, wir schauen mal, ob wir uns irgendwie treffen und dann bekämpfen wir uns. Also, wir bekämpfen uns jetzt dann gleich. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Los geht's. Er läuft bei uns. Gibt's einen Deathmatch oder so? Also, dass man dann wieder wegdelapetitiert und dann... Nein, nein, das ist gut, dass geht. Oh, geil. Ich hab irgendwie Angst, dass du mir so in den Hücken so fest und dann mich umbringst. Junge. Das ne. Hm. Ich fände dich nicht. Das ist eine Kiste, Kiste. Da komm ich nicht... Doch, aber ich hab keinen Bogen. Mann, warum hab ich mit deinem... Hab ich dir... Oh, warte, hast du nicht halt Schwert? Nein, du? Ich hab... Okay, jetzt hab ich auch einen Hüttchen. Aha. Ich bin irgendwie auf dem Flughafen. Boomster, Natzel, Dingsda. Ah, da bist du eh. Oh nein. Wär auf, wär auf, wär auf, wär auf. Was? Nein. Ja, okay, dann machst du es. Ja. Ja, geil. Ja, okay, passt. Ciao. Ciao, Leute. Tschüss.